So, wir sind jetzt im Hotel Lemaurice und es ist ein All-Inclusive-Hotel, unheimlich beliebt bei jungen Leuten. Wir sehen jetzt hier ein Standardzimmer, was maximal drei Erwachsene fassen würde. Und das Hotel ist super zentral gelegen, das heißt für junge Leute sehr interessant, weil man kann hier zur Shopping Mall gehen oder eben halt auch zum Feiern gehen, kein Thema. Im Bad ist auch Grundbedarf da, Dusche und Bade.